Samuel Haug, Metal Church, was ist dein Kraftort oder wo du aufhankst? Mein Kraftort ist eben nicht einfach ein Ort, sondern es ist eigentlich mobil. Ich merke, dass ich mit Menschen zusammen sein darf, vor allem Menschen, die man gemeinsam überlegt und unterwegs sein kann, Sachen entwickeln kann, zusammen kühlen, denken kann, wo man persönlich sein kann, wo man sich ganz selbst sein kann, mit seinen Begabungen, dort ist der Ort, wo ich letztlich am meisten Kraft tanke.